Engel Engel spüren wir eigentlich überall. Aber letztlich gesehen sind die Engel doch nicht greifbar. Sie sind da, sie sind spürbar, aber man kann es nicht angreifen. Und darum male ich so gern die Engel hinter Glas. Die Farbe liegt hinter dem Glas, das Gold liegt hinter dem Glas. Aber es ist nicht greifbar. Aber es ist da und das ist eigentlich das Spannende. So wie die Engel, sie sind da. Nur wir müssen sie wahrnehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Farbe liegt hinter dem Glas. Und das ist das Spannende. Und das ist das Spannende. Und das ist das Spannende.